Hi! Nachdem wir in der letzten Session bereits verschiedene Pegelmessgeräte kennengelernt haben, werden wir nun mit Messgeräten fortfahren, die es uns erlauben, das Frequenzspektrum und das Stereo-Bild an der Tonmischung zu beurteilen. Was ist ein Spectrum Analyzer? Ein Analyzer zeigt das Frequenzspektrum von Audio in Echtzeit an. Analyzer gibt es als Hard- und Software. Außerdem gibt es grundlegend zwei Arten von Spectrum-Analysern. FFT-Analyser führen eine sogenannte Fast Fourier-Transformation durch. Dabei wird aus dem Audio-Signal in einer CPU das Frequenzspektrum errechnet. Zum anderen gibt es Filter-Analyser. Bei Filter-Analysern wird das Signal durch Bandpass-Filter geschickt und es wird für jedes Band der Pegel gemessen. Meist gibt es 31 Bänder im Terzabstand. Welcher Analyzer ist besser? Im niederen Preissegment liefern FFT-Analyser oft bessere Ergebnisse als Filter-Analyser, da die Filter der Filter-Analyser zu wenig steilflankig sind. Im höheren Preissegment findet man Filter-Analyser mit Flankenstellheiten ab 18 Dezibel pro Oktave. Diese liefern genauere Ergebnisse als FFT-Analyser. FFT-Analyser haben verschiedene Probleme, die darauf beruhen, dass sie ihre Umrechnungen Echtzeit machen müssen. Sie müssen die Analyse immer über ein bestimmtes Zeitfenster machen. Wählen Sie ein großes Zeitfenster, so wird die Analyse genauer, dafür verzögert sich aber die Anzeige. Bei kürzeren Analysefenstern treten aus verschiedenen Gründen Anzeigefehler auf. Schickt man beispielsweise in regelmäßigen Abständen ein und dasselbe perkursive Signal in einen FFT-Analyser, so bekommt man normalerweise nicht jedes Mal das gleiche Spektrum angezeigt. Dies ist beim Filter-Analyser nicht der Fall. Dafür ist die FFT-Analyse besser geeignet, wenn man die Obertonstruktur eines Klanges analysieren will. Beim FFT-Analyser lassen sich einzelne Obertöne meist besser erkennen als beim Filter-Analyser. Wofür braucht man einen Spectrum-Analyser? Der Analyzer soll im Tonstudio einfach das Ohr unterstützen. So kann man zum Beispiel das Frequenzspektrum der eigenen Mischung mit dem eine Referenzmischung, also eines Vorbilds vergleichen und so Fehler feststellen. Der Analyzer kann beim Einstellen von Equalizern als visuelle Hilfe dienen. Über Equalizer hören wir im Themenblock Effektkunde noch mehr. Außerdem kann der Analyzer bei Live-Veranstaltungen behilflich sein, Feedbacks aufzufinden. Dazu hören wir beim Themenblock Live-Technik noch mehr. Was ist ein Phase-Meter? Das Phase-Meter wird auch als Korrelationsgradmesser bezeichnet. Es dient dazu, das Stereo-Bild oder besser die Beziehung zwischen linkem und rechtem Kanal einer Stereo-Mischung zu beurteilen. Es hat normalerweise eine waagerechte Anzeige, die einen Wert zwischen minus 1 und plus 1 anzeigt. Der Bereich zwischen 0 und minus 1 wird rot angezeigt. Der Bereich zwischen 0 und 1 grün. Das Phase-Meter zeigt den sogenannten Korrelationsgrad an. Aber was ist der Korrelationsgrad genau? Zwei korrelierende Signale sind zwei sehr ähnliche Signale in Bezug auf ihre Wellenform. Der Pegel spielt bei der Messung kaum eine Rolle. Es wird nur die Wellenform des linken und rechten Signals verglichen. Zeigt das Korrelationsgradmessgerät 1 an, so bedeutet dies, dass links und rechts genau das gleiche Signal anliegt. Wir haben also im Prinzip ein Monosignal anliegen. Es könnte jedoch sein, dass einer der beiden Kanäle lauter ist als der andere. Das Pegelverhältnis kann man am Korrelationsgradmesser nicht ablesen. Wenn das Messgerät minus 1 anzeigt, so bedeutet dies, dass die beiden Kanäle zueinander invertiert sind. Mathematisch gesehen bedeutet das links ist gleich minus rechts. Null bedeutet, dass keine Korrelation zwischen dem linken und rechten Kanal besteht. Null wird zum Beispiel angezeigt, wenn links und rechts zwei unterschiedliche Signale anliegen oder aber auch, wenn an einem Kanal kein Signal anliegt. Was kann man an einem Phase-Meter ablesen? Im Prinzip kann man zwei Dinge am Korrelationsgradmesser ablesen. Einmal, wie breit ein Stereosignal ist und einmal, wie monokompatibel es ist. Was bedeutet monokompatibel? Wenn eine Stereo-Mischung mono wiedergegeben wird, so werden der linke und der rechte Kanal einfach zusammengemischt. Mono ergibt sich aus links plus rechts. Hierbei kann es zu Auslöschungen kommen. Monokompatibel bedeutet, dass die Stereo-Mischung auch mono gut klingt. Wenn ein Signal nicht monokompatibel ist, bedeutet das, dass es bei der Summierung der beiden Kanäle zu einem Monosignal zu Auslöschungen kommt und dass das Maß an Auslöschungen so groß ist, dass der Gesamtpegel um mindestens drei Dezibel sinkt. Gut, aber wie lesen wir das nun vom Korrelationsgradmesser ab? Wird 1 angezeigt, so ist die Mischung mono. Je mehr man Stereo mischt, also je mehr man die Signale im Panorama verteilt, künstlichen Hall und andere Effekte einsetzt, desto mehr unterscheidet sich das Signal des linken und des rechten Kanals der Stereosumme. Die Signale werden immer unkorrelierter und die Anzeige wandert Richtung Null. Mit manchen Effekten, besonders mit Effekten zur Stereo-Basisverbreiterung, mit Delays, Phasern und ähnlichem, schafft man es, in den Bereich zwischen Null und Minus Eins zu kommen. Wir werden diese Effekte alle in Effektkunde noch kennenlernen. Grundsätzlich wird eine Mischung umso breiter, je näher man Richtung Minus Eins kommt. Im Extremfall, wenn links und rechts dasselbe wiedergegeben wird, nur invertiert, dann nimmt man ein sehr breites, irgendwie seltsam verzogen wirkendes Stereo-Bild warm. Hören wir uns das einmal an. Erst normal. Und nun eine Seite invertiert. Die Sache hat allerdings einen Haken, nämlich die Monokompatibilität. Bei einer Mischung, die am Korrelationsgradmesser ständig Minus Eins anzeigt, würde nichts mehr übrig bleiben, wenn man die Mischung Mono abhört, weil sich die beiden Kanäle gegenseitig auslöschen würden. Der rote Bereich zwischen Null und Minus Eins wird im Allgemeinen als nicht Monokompatibel betrachtet. In diesem Bereich ist das Maß der Auslöschungen, wenn man die Mischung Mono abhört, im Normalfall zu groß und nicht akzeptabel. Bei Null ist die Mischung optimal. Sie ist sehr breit. Stereo wurde voll ausgenutzt, die Mischung ist aber immer noch Monokompatibel. Alles zwischen Null und Eins ist Monokompatibel. Wenn ausdrückliche Monokompatibilität gefordert ist, so heißt das, es darf nie etwas Rot aufleuchten. Schallplatten können nur gepresst werden, wenn die Anzeige immer über Null bleibt. Null ist für eine Schallplattenpressung bereits verbotene Zone. Auf CD kann man alles pressen, sollte man aber nicht. Man sollte auch dann, wenn man für CD oder für MP3-Releases produziert, auf Monokompatibilität achten, denn es wird auch heute noch oft Mono wiedergegeben. Wo wird heute noch Mono wiedergegeben? Man darf nicht unterschätzen, wie viele Monoradios noch im Umlauf sind. Auch in Diskotheken sind teilweise abenteuerliche Verkabelungen vorzufinden, wo zumindest ein Teil der Anlage ein Monosignal bekommt. MP3-Dateien mit niedriger Bitrate werden oft in Mono kodiert. Außerdem senden Internetradiosender teilweise in Mono. iPads und Handys geben teilweise Mono wieder und so weiter. Monokompatibilität ist also auch heute noch wichtig. Im Normalfall darf das Korrelationsgradmessgerät nie rot anzeigen. Sollte das Korrelationsgradmessgerät bei Spezialeffekten ab und zu einmal leicht ins Rote gehen, so kann man aber auch nach Gehör überprüfen, wie stark die Auslöschungen Mono tatsächlich sind und ob man das für einen kurzen Moment vertreten kann. Meistens ist es aber die bessere Lösung, an dem Spezialeffekt zu arbeiten, sodass er auch bei einer Anzeige von Null gut rüberkommt. Was ist ein Stereosichtgerät? Eine ähnliche Aufgabe wie das Korrelationsmessgerät hat das Stereosichtgerät. Stereosichtgeräte werden auch als Goniometer oder als Vektorskope bezeichnet. Ein Stereosichtgerät liefert etwas mehr Informationen als ein Korrelationsgradmesser. Ein Korrelationsgradmesser zeigt immer nur das Gesamtsignal an. Ist ein dominantes lautes Instrument in die Mitte gemischt, während im Hintergrund ein leises Instrument spielt, das eigentlich nicht monokompatibel ist, so wird das Korrelationsgradmessgerät trotzdem einen Wert in der Nähe von 1 anzeigen. Normalerweise reicht das in der Praxis vollkommen aus, da man als Zuhörer hauptsächlich die lauten Bestandteile wahrnimmt. Mit einem Stereosichtgerät kann man jedoch mit viel Übung auch die Stereo-Eigenschaften einzelner Instrumente ablesen. Die Anzeige eines Stereosichtgerätes sieht so aus. Sind der linke und der rechte Kanal identisch, so zeigt das Messgerät eine senkrechte Linie. Hier spielt auch der Pegel der Signale eine Rolle. Hat man nur am linken Kanal ein Signal, so entsteht eine Linie, die von links nach rechts abfällt. Oder wenn man so will, eine Linie, die hier in der oberen Hälfte nach links zeigt. Hat man nur rechts ein Signal, so steigt die Linie von links nach rechts an. Oder, wenn man so will, sie zeigt in der oberen Hälfte nach rechts. Ein Monosignal ist also immer ein Strich. Wird bei einem Monosignal das Panorama geregelt, so verändert man den Winkel der Linie im Bereich ±45 Grad. Sind zwei Signale zueinander invertiert, so wird eine waagrechte Linie angezeigt. Werden zwei Sinussignale abgespielt, zwischen denen ein Phasenunterschied von 90 Grad vorliegt, so wird ein Kreis dargestellt. Wenn man ein komplexes Musiksignal in Stereo anschaut, so sieht man auf jeden Fall in irgendeiner Form einen Wollknäuel. Ist der Wollknäuel senkrecht elliptisch, so hat man ein monokompatibles Stereosignal. Ist er sehr rund, so hat man die maximale Breite des Stereobildes erreicht, ohne Probleme mit der Monokompatibilität zu bekommen. Wird eine waagrechte Ellipse dargestellt, so ist das Stereosignal nicht mehr monokompatibel. Man kann also grob sagen, die Breite des Wollknäuls stellt die Stereobreite dar. Sobald der Knäuel breiter wird, als er hoch ist, ist man nicht mehr monokompatibel. Im Extremfall würde man eine waagrechte Linie sehen, wenn das linke Signal zum rechten invertiert ist. Dieses Bild zeigt ein leises, nicht monokompatibles Instrument in einer ansonsten monokompatiblen Mischung. Wenn nur ein leises Instrument im Hintergrund Phasenprobleme hat, so erkennt man das daran, dass ein paar Fäden des Knäuls etwas in die Breite gehen. Mit etwas Übung kann man sogar erkennen, um welches Instrument es sich handeln könnte. Tieffrequente Anteile erscheinen großmaschiger als hochfrequente Anteile. Übersteuerungen werden im Stereo-Sichtgerät als eckige Formen sichtbar. Okay, das war's auch schon wieder für diese Session. Fassen wir das Wichtigste zusammen. Mit Spectrum-Analysern kann das Frequenzspektrum von Audio in Echtzeit angezeigt werden. Man unterscheidet zwischen FFT-Analysern, die das Spektrum berechnen, und Filter-Analysern, die das Signal mit Filtern in die verschiedenen Frequenzbereiche aufteilen und dann den Pegel messen. Analyzer helfen zum Beispiel dabei, das Frequenzspektrum zweier Mischungen zu vergleichen. Sie unterstützen beim Arbeiten mit dem Equalizer und können auch live beim schnellen Erkennen von Feedbacks helfen. Zum Beurteilen des Stereo-Bildes gibt es im Tonstudio zwei Messgeräte. Einmal den Korrelationsgradmesser bzw. das Facemeter. Dabei handelt es sich um eine Anzeige, die von minus 1 bis plus 1 geht. Plus 1 heißt Mono. Zwischen 1 und 0 heißt Stereo, aber monokompatibel. Der rote Bereich links von 0 bedeutet nicht monokompatibel. Minus 1 bedeutet, es liegen zwei Signale an, die zueinander invertiert sind und sich komplett auslöschen. Was man am Facemeter für das Gesamtsignal ablesen kann, kann man am Stereo-Sichtgerät mit viel Übung auch für einzelne Instrumente in der Mischung ablesen. Grundsätzlich arbeitet es so. Ein Strich bedeutet Mono. Je nach Panoramaposition des Mono-Signals hat der Strich eine Neigung von minus 45 Grad bis plus 45 Grad. Ist der Strich waagrecht, so sind die beiden Kanäle zueinander invertiert. Sieht man einen Wollknäuel, liegt ein Stereo-Signal vor. Eine optimale Stereo-Mischung ist dabei ein runder Wollknäuel. Hat er die Form einer liegenden Ellipse, so ist die Mischung nicht monokompatibel. Bei der Form einer stehenden Ellipse ist die Mischung monokompatibel. Alles klar? Dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.